Hallihallo meine lieben Turnfreunde und willkommen zu einem neuen Video meiner Turnwelt. Ich habe 5000 Abonnenten erreicht, darüber bin ich sehr glücklich. Heute mache ich mal wieder ein paar Sachen, die ihr euch gewünscht habt. Außerdem grüße ich auch noch die Leute, die sich das gewünscht haben. Heute geht das mit den Grüßen etwas schneller, weil es erst mehr als 200 Leute waren, die sich das gewünscht haben. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Sarah, du hast sie gewünscht, dass ich einen Radschlag mache und danach einen Spagat. Ich habe die Namen alphabetisch sortiert, deswegen beginne ich jetzt mit den Namen, die mit A beginnen. Amira, Aisha, Amelie, Aileen123, Amy, Aelena, Aileen Gashin, Aileen Care, Annabelle, Ayette, Alicia, Adria, Angeline, Aulona, Aileen Jill, Anna, Adna, Alina, Annalena, Ann-Sophie, Annika und Acroana Fan Forever. Hallo! Einige von euch haben sich gewünscht, dass ich einen Kopfstand auf dem Trampolin mache. Es ist zwar ein bisschen wackelig, aber ich spiere jetzt so gut wie ich kann. Hallo! Hallo, Micha! Hallo, Lisa! Jolina, Laura und Kimberly. Ihr habt euch gewünscht, dass ich für jeden von euch einen Rückwärtschlag mache. Jetzt kommt B, C und D. Hallo, Bibi und Julian Fan, Kiki, Chiara, Coole Kids, Kenny, Cassandra, Charlene, Selina, Katusko, Chanan und Janet, Daria, Dizzy Pop und deine Freunde, Candy, Charlotte, Angelina, Lisa und Lena, Denise, Dela, Inki, Öz und Domino. Bibi Naita, du hast dir gewünscht, dass ich einen Rückwärtschlag mache. Ich mache mehrere. Nadine XOXO, du hast dir gewünscht, dass ich einen Spagatsprung mache. Jetzt kommen E, F und G. Emma, Emi, Elisabeth, Emily, Emilia, Eva, Iriona, Ella, Evi09, Elona, Finja, Faye, Franzi, FlowerpowerHD, Fibi, Gülseren, Gamer von Wolf, Garzal und Gina. Hallo. Vivian, du hast dir gewünscht, dass ich in Verbindung Pauls und Rückwärtsartel hintereinander mache. Mehrere von euch haben sich gewünscht, dass ich einen Brückenüberschlag bzw. einen Schrittüberschlag mache. Jetzt kommen H, I und J. Hanna, Henoch, Hanni, Hanan, Heidi, Isa, Isabel, Ilaida, Indira, Yvonne, Indra, Jolina, Josefine, Jessica, Joline, Jule, Jenny, Johanna, Jojo, Julia, Jennifer, Julia, Juliana und ihre beste Freundin Monja, Jilan, Johanna, M., Yasi und Janika. Hallo. Lia, du hast dir gewünscht, dass ich eine Fake-Rolle mache? Oh, schluss mal. Janet und Shanann, ihr beide habt euch gewünscht, dass ich so viele Radwände wie möglich hintereinander mache. Mehr kann ich leider nicht. machen, weil mir spinnig wurde. Jetzt kommt K. Hallo. Kathi, Kimberly, Kimi, Christine, Keks und Popcorn, Katrin, Katharina, Kübra, Kinga9 und Kim, Kimi. Melina, Sophie, du hast dir gewünscht, dass ich Handstand abrollen mache. Jenny, du hast dir gewünscht, dass ich einen Spagatsprung mache und danach im Spagat lande. Jetzt kommt L. Lia, Luca, Marie, Lothar, Luise, Luca, Lilia, Lena, Laura, Leonie, Lilly, Lucky Day, Lara, Liermann, Lisa, Lara, Leila, Lea, Lucy, Larissa, Lia, Janet, Leni, Lisa, Luna, Lina, Lynn, Alina, Linda, Lena, DM, RC. Hallo. Für Bianca mache ich drei Räder. Lia, du hast dir gewünscht, dass ich einen Schrittumschlag mache und danach im Spagat lande. Emily, Martha, Marlene, Marisa, Mia, Melanie, Michi, LP, Michelle, Miriam, Melli, meine Pferdewelt, Mella, Maylin, Melina, Julia und Vallea, Melissa, Mira, Melina, Melli und Ameli, Minecraft Girl, Chiara, Mella, Minionfreak, Marie, Marfilkanal, Mädchen-WG, Maja, Mietekapp, Marie Müller und Merschwein-Güleno. Hallo. Jetzt mache ich einen Bogengang für Fiona. Michelle und Melina, ihr beide habt euch gewünscht, dass ich eine Brücke mache und danach wieder aufstehe. Jetzt von N bis her. Hallo. Nuri, Nisliya, Nick, Nicole, Nina, Nathalie, Nancy, Naomi, Nafissa, Nora, NadineXOXO, Nesrin, Wadinadi, Olivia, Pascal, Elea, die war sehr dich lieb, Ereshadi, Rike und Ronny. Ich mache jetzt nochmal Rückwärtszeit für Melissa und Lea. Selina, du hast dir gewünscht, dass ich einen Bogengang mache mit einer Hand. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen wird das wahrscheinlich auch nicht so gut werden. Jetzt kommt es. Antonia, du hast dir gewünscht, dass ich einen Kopfschritt mache und einen Ratschlag. Lydia, du hast dir gewünscht, dass ich einen Ratschlag mache und danach in die Brücke gehe. Jasmin, du hast dir gewünscht, dass ich einen Ratschlag mache und direkt danach in die Hand stand. Von T bis Z. Jetzt von T bis Z. Talia, Lara, Tara, Tatjana, Tari, Teresa, Toni, Victoria, Sarina, Vicky, Sami, Victoria, Vanessa, Viola, Schäfer, Vicky, Vero, Jojo, Jasmin, Zoe und Zafira. Hallo. Tari, du hast dir gewünscht, dass ich drei Flickflacks hintereinander mache. Marie, du hast dir gewünscht, dass ich auch meine Flickflack und danach eine Brücke mache. Eva, du hast dir gewünscht, dass ich einen Flickflack mache. Jetzt kommen noch ein paar, die sich gerade eben gewünscht haben, dass ich sie grüße. Chantal, Amelie, Aileen, Elena, Doreen und Iman. Hallo. Leonie, du hast dir gewünscht, dass ich einen Brückenland vorwärts und rückwärts in Verbindung mache. Spagaz für Selina. Oh, Gita, du hast dir gewünscht, dass ich einen Handschuh mache und dabei einen Spagaz. Besser kann ich das leider nicht. Emma, du hast dir gewünscht, dass ich einen Handschuh in den Zeitlupe mache. Sarah, du hast dir gewünscht, dass ich einen Bogengang auf den Balken mache. Ich traue euch das auf eine bestimmte Höhe noch nicht, deswegen mache ich das, wenn der Balken auf dem Boden steht. Bianca, du hast dir gewünscht, dass ich einen Spagat auf den Balken mache. So, das war es auch schon mit dem Video. Und bitte, bitte seid mir nicht böse, dass ich die ganzen Namen abgelesen habe. Weil 200 Namen sich zu merken wird echt schwer. Und ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video. Und tschüss.